Und herzlich willkommen zurück, äh ja, bei unserer wunderschönen Höhlen-Tour. Sehr gut. Kaffee auf dem Abendtisch, garantiert beim Einschlafen, easy, ach Quatsch. Das funktioniert bei mir leider nicht. Kaffee und Alkohol haben bei mir absolut keine Wirkung. Ich meine, bei Alkohol, okay, der wird nur warm, aber das war es auch schon. So, machen wir hier eine Fackel hin. Und dann gucken wir mal weiter in die Richtung hier, gucken, ob wir noch ein bisschen was kommt. Vor allem, ob es ein bisschen mäßiger noch erscheint. Ein Wiesel, ernsthaft? Och man, warum so geizig? Ich hasse dich. Könntest du ruhig ein bisschen mehr springen lassen hier. Oha, okay, hier geht's hart runter. Oha. Ach, Alter. Hab das jetzt auch keine Fackeln auf Gravel? Wer macht so einen Scheiß? Habt ihr das für eure Mutter gelernt oder was? Oh, ach so. Oh, haben wir bereits? Ah. Gießen alle euch? Wow. Ich weiß nicht. Ab MyTest Version 5 ist es extrem häufig, dass ich in irgendwelche Dinger hier so reinglitsche. Meistens, wenn man so schräg so reinspringt oder so rauf springt. Also jetzt nicht beim normalen Laufen, sondern immer wenn man irgendwie reinfällt oder rauf springt oder sowas. Dann glitscht man teilweise in diese Kisten rein. Also in die Blöcke. Ah! Eine Spinne. Hallo. Kostetisch schnell hier unten. Oh, apropos schnell. Ich hab mal wieder jetzt essen. Sonst bin ich ganz schnell und zwar tot. Ja. So, unsere Spitzhack ist mittlerweile auch schon zur Hälfte lidiert. Wir müssen mal einen Blick behalten. So, wir gehen erstmal hier runter. Hier hatten wir bereits angefangen auszuleuchten. Uah! Boah! Alter! Kann ich... Okay. Hier hatten wir ja genau... Ach, ich hätte mir selbst mitnehmen sollen. Scheiße! Naja, man braucht aber nicht. So, gucken wir mal was hier unten so abgeht. Aha. Ich darf wohl nicht vergessen, Kohle hier abzuschöffeln. Das hört mir grad aus. Wir verbrauchen hier ganz schön viele Fackeln und naja. Wo gefackelt wird fällt Kohle. Ah! Ein Mese-Monster. Kommst du, Papi? So, jetzt wird ich schon einen ganz großen Mese-Kristall. Tue er ernsthaft jetzt. Ach, warum immer so Spielzeug hier? Da gebe ich mir scheiß fucking Mühe hier, um ordentlich was umzubringen und dann kriegt noch nur so ein bisschen... Weiß nicht. Alt-Kleider spenden. Gold! Gott, Alter, dass ich jemals Gold hinterher rennen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Kommt da hier direkt so eine richtige Goldgräberstimmung auf. Lol. Oh, komm, reicht. Wir wollen hier nicht zu viel Zeit verschwinden. Das muss man mal kurz überlegen. Von da kommen wir, ne? Dann leuchtet man auch die Gegend hier aus. Oh. Alter. Ich hab schon viele Ärzte hier. Aber gut, da klar. Bei der Tiefe auch nicht weiter ein Wunder. Ja. So. Oder noch besser, wir gehen nicht in Richtung zu von da wo wir kommen, sondern wir gehen mal weiter in die Richtung da wo... Upsi. Boah, dachte ich jetzt gerade schon. Äh, gehe mal weiter in Richtung wo wir hingehen können. Und das war schon die letzte Fackel. Na gut, dann... Warum müssen wir noch schnell ein paar? Äh, da fackel ich nicht lange. Komm. So. So. Wobei, wir müssen auch langsam wieder hoch, weil die Spithacke ist langsam tot. Ich hab jetzt noch ein Wunder. So. 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 Ich frag mich echt wie riesig dieses Ding ist. Aber ich kenne schon von älteren Maps. Äh... Wie gesagt, wir spielen ja hier mit dem V7 Mapgen. Heißt also dieser typische Mindset Mapgen. Und diese Höhlen, die können halt einfach gigantisch groß werden. Was mich halt nur ein bisschen wundert ist, dass ich solche riesigen Höhlen wirklich erst ab 4.000 kenne und wird ja aber gerade noch was also von daher war ich auch schon ein bisschen überrascht jetzt hier schon so eine riesige hülle zu finden aber jetzt wo wir sie haben bin ich doch ein bisschen froh also aufpassen wie ein fuchs das ich hier nicht auf einmal oh mein gott mitha und noch mehr mitha holy shit und noch mehr mitha cool geil so viel mehr auf einem haufen ist definitiv ein rekord viel aber sowas von gut ich würde mal sagen wir gehen wieder zurück wir wissen alles auch da unten verlaufen ein bisschen höher da so ist schon nicht schlecht hier ist schon nicht schlecht ich habe keine ahnung wie groß die hülle noch wird ich sehe ich nicht na gut wie gesagt wir gehen jetzt mal Richtung home dann wollen wir mal unseren ambus einweihen gucken ob das wirklich so gut funktioniert wie ich gehofft habe also das heißt erstmal die spitzhacke raufpacken und jetzt mit dem ambus glaube draufhauen ah boah alter ist ja wirklich was ah alter das Ding verliert ja gar nichts die wie teuer war das Ding nochmal ist ja mal super billig ich glaube das Ding muss ich wieder rausnehmen das ist ja ne ne krass mal 6 Eisen dafür dass man krass alter Ding boah ich glaube das ist ein bisschen zu heftig ach so ja sorry wollte gerade den Hammer drauflegen also ja das so geht das natürlich nicht äh ja das hatte ich übrigens schon deaktiviert gehabt man kann nämlich man kann nicht in normalerweise kann man auch den Hammer drauflegen und den Hammer mit dem Hammer reparieren dann hat man quasi endlos Reparatur das habe ich aber schon deaktiviert weil das ja definitiv zu krass gewesen aber alleine so ist es ja schon viel zu krank ich meine wir haben 6 Stück Metall gebraucht wir haben von der Gesamtleiste für nicht mal Zehntel gebraucht das heißt für nicht mal ein einzigen Eisen Barren haben wir die gesamte Diamantspitzacke wieder repariert das ist viel zu krass ich glaub mal ich werd noch von dem Hammer ähm die Rezeptur abändern ich mach da einfach mal aus diesen 6 Stahlblöcken äh aus diesen 6 Stahldingern mach ich mal 6 Stahlblöcke ich weiß klingt erstmal teuer aber wenn man mal bedenkt wie lange das scheiß Ding hält das ist ja absolut krank ey das ist ja ne das ist ein bisschen heftig oder ich werd jetzt diese andere Mod wieder komplett deaktivieren ach mal gucken ach so ne du kannst bitte hier oben bleiben äh wo bist du da bist du das ist wirklich ein bisschen sehr heftig muss ich ja mal so sagen nicht wieder sterben ach komm runter mit dir so Spitzhacke ist jetzt da unten mit dem wieder nach oben gehen Alter das ist viel zu krass das ist ja das ist ja ein bisschen blöd jetzt oder ich muss mal die Amut abändern dass der Hammer schneller verbraucht wird ich glaub mal das wär das sinnvollste dass man jetzt sagt okay pro Hammer kann man vielleicht bei der Diamantenspitzhacke ich sag jetzt mal maximal zwei Diamantenspitzhacken reparieren die Sache ist halt ich weiß nicht ob man das jetzt differenzieren kann ob eine Diamantenspitz also also ob man mit einem Hammer genauso viele Diamantenspitzhacken reparieren kann wie Holzspitzhacken jetzt als Beispiel weil dann wäre es natürlich ein bisschen blöd weil ich meine bei Holzspitzhacken geht es ja voll klar aber mit Diamantlein einfach nicht ich finde sowieso witzig dass man eine Diamant-Axt reparieren kann das macht ja gar keinen Sinn also krieg ich jetzt was oder krieg ich nichts noch keine Ahnung so dann gucken wir mal wo war jetzt unser Weg da hinten da hinten ist das gigantisch das ist so ultra scheiße riech du kacke das ist so ultra scheiße riesen kacke groß alles ob wir die Höhle überhaupt irgendwann mal ausgeforscht bekommen also in dem zum Beispiel auch mit ausgeleuchtet oder sowas ich wage es zu bezweifeln vor allem die Frage ist halt auch viel hoch das ganze was war das da hinten gerade na egal ob ich das Ding mal ausgelöchert bekommen jetzt ist ja alle die Waldfee die haben eine Menge zu tun würde ich mal sagen so hier geht es wieder steil runter aber hier kann ich nicht runter ach scheiß drauf ach ich meine ich bin vor allem du verlierst hier drin auch komplett das Größengefühl ich frage mich echt wie hoch die Decke ist alter Schwede nice gefällt mir gut dann gehen wir mal wieder dahin wo wir waren es war jetzt es war gleich da oben da haben wir gerade aufgehört und dann machen wir mal direkt da auch weiter hier geht es bis jetzt bergauf ich weiß nicht ob ich damit so schön zufrieden bin weil umso weiter oben man ist umso weniger Ressourcen gibt es natürlich ah ja ich glaube hier ist sogar schon Ende von der Höhle ja hier ist Ende okay ja gut da haben wir zwischendurch mal ein Ende erreicht wow ist das eine Karo was so ja ja wir drehen nämlich einfach mal mit weil man davon ja relativ wenig bekommt weil das ja immer nur einzeln spawnt und geht es aber noch drastisch weiter ach du komm wir gehen auch mal in die Bestung gucken wir können auch in die Bestung gehen ne komm wir gehen mal in die Bestung da scheint mir gerade ein bisschen interessanter zu sein wir können auch in die Bestung gehen ich habe auch schon damit geliebäugelt äh mal ein bisschen das Spiel an sich zu manipulieren und die Spawnrate von Messe bis hin hochzusetzen aber das Problem ist halt ich müsste das denn ähm weil derzeit läuft das Ding unter Mainz 5.2 Death was heißt es ist noch nicht die finale Version und ich müsste das dann halt im Hinterkopf behalten ach du scheiße ich gehe es relativ runter äh nee lieber nicht ich glaube ich bleibe los ähm ähm alter zu sich weiter schreibt man recht da nicht weil wir gucken können einfach oh jetzt bin ich hier unten durch unten jetzt sehe ich das gar nicht mehr aber hier hat man schon eine krank aus kranke Aussicht gar nicht weil wir gucken können einfach diese Höhle ist so scheiße weit alter die Waldfee die Fackeln sind genau noch ein Pixel groß na gut nicht so lange auf dem Fleck stehen bleiben ansonsten kommt ein bützes Monster und fickt uns mal hoch an da um euch nicht auch schon wieder was wie sie so da ist eine Fackel da ist eine Fackel oh hier ist schon jemand durchgekommen da gehen wir mal hin vielleicht ist da was vielleicht ist da jemand ich werde hier viel zu viele Fackeln macht die viel zu eng aneinander hier noch schon drei Blöcke Abstand ernsthaft was ist was los mit mir was tue ich hier gerade jetzt haben wir komplett verschwinden was ich für Kreatur so die Fackeln können komplett wieder weg oh nicht runterfallen ich meine ich weiß dass wir zwar zwar nicht sterben aber ich würde gut damage bekommen so dann mache ich mal hier eine Fackel hin mache ich mal hier eine Fackel hin und die alle hier an die andere nehme ich alle ab und dann setze ich die Fackeln ein bisschen sparsamer ein das ist ja hier eine Verschwendungssucht schon fassen die Wirtschaftsgesellschaft so vor allem schön ist wenn man hier die ganze Dinge ein bisschen ausläuft so ein paar Pfade dann kann man auch wenn man sich hier in der Höhle ein bisschen verläuft einfach nur gucken wann man zu einem Pfad kommt ich meine gut wenn wir zu viele Pfade gibt da kann man sich an hat der Kurs der 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 macht einfach daran denn verlaufen das hier quasi wie so ein ne wie so ein Netz aus scheiße aber daran mache ich mir noch keine Gedanken so ist es auch schon wieder dunkel ah ne dachte ich schon hier geht es schon wieder aufs Tal runter oh hier geht es aber aufs Tal runter hallo oh ha ja da geht es ein bisschen aufs Tal runter da hinten da leuchtet es da möchte ich hin was auch immer mich da erwartet ich nehme es an Ups wie geht es hier äh okay kann es sein dass wir gerade in der Sackgasse laufen so ein bisschen Weg machen hier ich habe ein Monster aber genau über den Ausgang da das auch was also da oben steht auch was das könnte also das da oben ist natürlich eine Fackel das sieht man aber wir dürfen auch noch nicht vergessen dass es hier Nyan Katzen gibt vielleicht ist eins von den Dingern auch eine Nyan das da oben zum Beispiel ist das da auch eine Fackel oder ich meine das da oben da da ist auf jeden Fall Fackel also da hat sich jemand hingebaut aber da das ist so klein und leuchtet nur so ein kleines bisschen kommen wir da hin oh Gott das geht auch noch scheiße ne ich glaube das kriege ich nicht anvisiert oh mein Gott oh schon habe ich jetzt verloren ich habe aber auch keinen Baum doch ich habe ganz viel Baumaterial hallo gut dann gehe ich mal zu dem Punkt wo ich denke dass ich da gut rankommen könnte mal gucken was da so leuchtet weil es gibt eigentlich nur zwei Sachen die hier leuchten also drei Sachen einmal Fackeln von irgendwelchen Spielern klar ansonsten gibt es halt noch Neon Katzen und Meseblöcke das heißt Architekt eins von den Dingern wird es dann ja wohl sein alter wie hoch ist das scheiß jemand dann ach genau da ist jetzt der Ding alt boah Digger Optik zwischen des Grauens also von da kamen wir da sind wir lang gelaufen sind wir den ganzen Weg zurück gelaufen da unten haben wir den Schlenker gemacht und sind dann da hinten lang gelaufen boah ey die Psyche af ok ich komme weiter hoch alter hier verlierst du komplett die Orientierung oh ich habe es gewusst sag dich doch jetzt gibt es nur ein paar Sachen die leuchten können Neon Katze die Frage ist wie komme ich da jetzt ran ohne hier komplett zu sterben ähm ich würde sagen ich fang noch ein paar hin der kann ich mich hier rauf boah scheiße aber doch nicht oh alter ah doch ja 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 jawoll huh so komme ich da jetzt ja es gibt oh wo ok aufpassen wo man hintritt das ganze sieht doch ein bisschen sehr gefährlich aus oh gleich noch richtig große heilige Scheiße dankeschön 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 danke 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 ja aufpassen da zeigt mir einfach den arsch klubs ja das ist hier hinten viel dunkel sondern bräuchte auch wieder ab damit wir hier später nicht durcheinander kommen das heißt also wir müssen die decke nach hellen punkten also nach hellen punkten ausschalten ich sag mal kurz fall ja verkraten das scheiß alter da kommt hin du kommst weg wir sind hier mehr als 100 blöcke in der luft wenn ihr guckt euch da unten waren wir gerade das ist doch nicht mehr normal hier und die dinge einfach mal ab scheiß wenn sie runterfallen jetzt haben wir richtig viele rainbow ich habe dann bekommen 13 blöcke wieder bohnen unter den füßen jetzt soll er wieder hinten hin und gucken mal wie wir von da hinten auf weiter gehen ach kollektiv auch so was essen damit sich hier nicht vor lauter rundherum rumspringen noch kapieren so was ich hinten was sie unten eigentlich keine normale mine ist ja schon fast langweilig überleiste den ganzen anderen zeug was wir hier finden oha gibt es also richtig drunter naja und nicht so weit na gut so das ist noch untergefallen ach schau das kaffee runtergefallen von da oben haben wir das gerade oder war das schon ist mir gerade nicht so aufgefallen dass der kaffee rumliegt so da wir jetzt unser haus wisst ihr was ich versuche mal unser haus anziehen also unsere quelle anzuvisieren und den ganzen anderen weg den wir hier ausgeleuchtet haben so wunderschön den mal zu entlumifizieren ja ich habe mit absicht lumifizieren gesagt wo es nämlich von illuminate kommt beleuchten und wir wollen das ja entleuchten also entlumifizieren da kann ich jetzt fackeln händen wieder alle einsammeln spart nämlich eine menge menge fackeln und der weg erscheint noch als wesentlich kürzer wenn ich mir ehrlich sein darf hoffentlich verlaufen jetzt nicht hoffentlich kommen wir hier überhaupt da an wo ich gerade wollte dass wir ankommen ach nee lieber nicht auf den sand macht man nicht ist das hier richtig wo ist denn unser doch genau da oben müsste jetzt irgendwo unser eingang sein das heißt ich mache mir jetzt hier Licht und dann müsste ich jetzt wenn ich jetzt hier raufgehe müsste ich unseren eingang oder ausgang wieder sehen das müsste jetzt hier oben sein ach da nee da oder da da ist die höhle dann ist es doch da hinten genau da ist die höhle dann ist ach da ist er oh ein magier lol was droppen die eigentlich nochmal obsidian glaube oder ja gold aber das sind auch glaube ich die fischer die auch ab und zu obsidian droppen genau da ist der eingang das heißt wenn wir zuvor in unserem eingang kommen zur rechten da sehen wir auch schon gleich den kleinen weg ja wie gesagt dann können wir jetzt den anderen weg mal entlumifizieren dann sehen wir den schon dann rennen wir den weg einfach mal kurz ab und entfernen wir die ganzen fackeln dann kriegen wir eine herzmenge fackeln wieder aber ich glaube mal das machen wir in der nächsten folge aber jetzt kann ich die fackeln auch einfach da lassen ganz ehrlich komm nie lassen wir da da haben wir gesagt umso mehr umso mehr ausgeleuchtet desto besser können wir uns hier in der hülle orientieren ja ich habe in dieser hülle gerade das wort orientieren verwendet es tut mir leid mir war kratz und ich habe sie nicht gesehen jetzt fühle ich mich schlecht gut aber wie gesagt erste folgen pause hier schon mal voll schon mal voll